Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Floss for Restos. Heute mal mit einer Audiospur, die ich gerade so sehe. Und ich habe vor allem den Schreck meines Lebens bekommen. Ich habe, wir haben Muschiklaus gesehen und Galopp-Lines in einem. Das ist so krass. Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh Mann ey, ich bin so im Arsch. Deswegen, ich will mich jetzt mal hier hinstellen. Was? Der Unhefzerkapp, Galoppel und Muschiklaus zusammen. Ich habe mich richtig verjagt. So. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Vielleicht kommen sie beide ja nochmal. ich habe so ein schüssel oder willst du so eine angst da glaubt mir gar nicht oh man oh posiert mal kurz oh um und 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 so entschuldigung mal ist das ich finde so ist das oder bin ich das keine ahnung was das sein soll ich bin jetzt mal gespannt ob muschi und hier zusammenkommen audio ok das ist dann so hier was passiert irgendwas hier nein das habe ich noch nie gesehen dass jetzt beide direkt dazu gekommen sind noch nie oder ihre ich mich jetzt gewaltig sind doch immer sonst das erste ob jetzt kommen sie haben sie mich gesehen scheiße jetzt auch wieder ja geil die kommen zusammen die kommen einfach alle zusammen oh jetzt haben wir ein problem was ähm bitte was ähm was nein das glaube ich jetzt nicht wie schwer ist Forrest denn bitte geworden alter wie schwer ist Forrest denn geworden ähm so ähm äh ähm äh Ähm, scheiße. Äh, hä hä. Ähm, scheiße. Ähm, scheiße. Es fahaaass! mein gott oh mein gott ich weiß nicht wie das hören könnt hallo und herzlich willkommen bei der krassesten audio aufnahme ich bin jetzt mal wieder raus